hey hallo leute ich bin heute in meinem camp ich will mir heute ein tipi aufbauen und ich hoffe doch ihr seid dabei so der herbst ist da und traditionell 2013 zum ersten mal zu halloween habe ich das tipi zum ersten mal aufgebaut eine eigenkonstruktion weil ich ein beheiztes zelt haben wollte und das tipi die urform der indianer gut auch die jorte aus schweden oder sonst wo aus nord sind die zeltarten mit einer öffnung oben am dach wo man dann auch ein feuer drin machen kann für den aufbau vom tipi habe ich jetzt schon ein paar sachen hier vorbereitet einmal ein haufen expander die ich benutzen werde heringe verschiedene seilschaften und eine ganze menge tarps hier das allergrößte das wird so die haupt zeltwand sage ich mal dazu im baumarkt habe ich dann noch diese drei meter balken geholt ich habe zwar auch material hier aber man kann ja dieses material auch immer wieder gebrauchen vielleicht später mal noch zu was anderem umbauen jetzt für den tipi umbau waren mir drei meter sehr wichtig damit wir einen großen umfang haben das ist mal das grundgerüst soweit das ist sehr schwierig das wirklich jetzt gleichschenklich hin zu bekommen ich habe gerade eben also das kamerastativ drunter gehalten um zu sehen ob die winkel stimmen ist es wirklich ein gleich schenkliches dreieck wahrscheinlich nicht also man darf da jetzt nicht zu genau mit dem maßen sein auch obwohl ich jetzt drei meter habe erscheint es am anfang sehr klein die fläche wir werden jetzt aber noch mehrere balken anlegen und befestigen sind jetzt sechs balken es ist relativ hoch ich werde die anderen vier noch anlegen an der seite hier die quasi die wetterseite ist das ganze wirkt jetzt noch nicht so riesig so groß aber ich habe gerade probe gelegen und es ist wirklich mehr fläche als man denkt ich werde jetzt die hauptplane anbringen ist wirklich sehr sehr groß ich glaube vier mal sechs meter oder sechs mal acht meter hatte ich davor benutzt um den wohnwagen abzudecken das wird hoffentlich zweimal rumreichen das hauptzelt steht wir haben hier sehr viele falten da muss ich noch beobachten wie das ist mit dem wasserablauf hier ist die eingangsseite und ja es hat jetzt hier so knapp gereicht hier habe ich noch befestigt und drinnen sieht es dann so aus es ist wirklich sehr sehr viel platz und tatsächlich ist oben die öffnung zum rauch ablassen hier außen rum habe ich mehr oder weniger die folie nach innen geschübt das werde ich hier noch mit ein paar hältern beschweren dass der wind nicht ganz so leicht rein geht der zeltrand soll ja windfrei bleiben den wind nicht rein lassen und die verteilen wir hier einfach mal auf der wetterseite da muss man noch gucken ob das wirklich taugt die wirklich schwer genug sind und unter beobachtung halten das dach wird dieser alte sonnenschirm regenschirm so bevor ich jetzt den eingang vollends dran macht wo ich mich schon mal ein bisschen so einrichten hier ist mein alter fünf liter fessel hobo zwei steinplatten damit ich den boden dann nicht angucken ein bisschen holz zum ausprobieren zwei bundeswehr isomaten das bluefield top und die gute alte picknick decke und jetzt könnt ihr auch schon ganz leicht die größe euch denken ich weiß jetzt nicht wie gut es auf dem bildschirm rüber kommt hier könnt ihr durchaus noch eine zweite person liegen ich habe jetzt alles mit sehr viel abstand gemacht ich werde jetzt den eingangsbereich noch machen hier wo noch offen ist und dann macht mein erstes testfeuer so sieht jetzt der eingang aus wenn ich zu machen es bleibt unten noch ein ganz kleiner schlitz offen im zweifel könnte ich da jetzt noch das bluefield drüber machen ich lasse es erstmal auf ein bisschen zu luft fürs feuerchen brauche ich ja auch so es ist mir richtig warm geworden von der ganzen aufbauerei und ich habe jetzt gerade mal geschaut also oben mit der öffnung gefällt mir noch nicht ganz so muss man mal schauen wie gut der rauch rausgeht und jetzt mal feuerchen machen der gute alte hobo aus dem 5 liter fahrt noch einen haufen tanzapfen tanzapfen habe ich jetzt auch schon hier auf dem boden vom tipi gefunden so wie ihr seht brennt das feuer drin sehr gut ich musste jetzt aber hier oben ein extra loch rein machen damit der rauch auch wirklich abzieht ich hoffe dass es dann mit dem regen dafür keine probleme gibt muss ich dann ausprobieren drin ist jedenfalls sehr sehr heiß geworden der hobo der tut wirklich immer noch sehr gut sein dienst und man sieht den rauch der sich dabei entwickelt und ich weiß jetzt nicht wie gut man es auf der kamera erkennen kann nachher im video aber hier oben ist ein bisschen vernebelt und ich überlege mir gerade also das ist ja auch was wo jetzt sage ich mal ich den vorteil habe gegenüber den indianern dann diesen kohlendioxid warner werde ich dann hier auch mit rein nehmen wenn ich hier drin wirklich nächtigen sollte ja so weit so gut mal zum tipi aufbau ich hoffe euch hat es gefallen und ich hoffe auch dass ich demnächst die zeit findet dann auch mal ein oberneiter drin zu machen ich sage euch vielen dank fürs zuschauen geht raus daheim sterben die leute die leute die leute die leute die leute die leute und